Hallo und willkommen zurück zu dem Digimon-Adventure Oh, hier wäre direkt eine Box gewesen, die hätte ich auch noch einsammeln können im letzten Part Kann ich die wieder aufmachen, als ob Ha Ich habe schon wieder Matt erhalten, da wo ich selber Matt bin, cool Noch mehr, geil Und ich kann mich da heilen, das ist sehr nötig So Okay, dann muss ich gleich Patermon während dem Kampf auch noch mal umstellen Weil ich habe keinen Bock, den immer selber zu steuern Ist eigentlich ein bisschen dumm Mushroommon, Betamon, Betamon Gehen eigentlich mehr wie drei Gegner, vielleicht hätte ich irgendwann nicht, ne? Weil ich kann ja auch nur drei Leute auswählen Habe ich gerade irgendwas ausgewählt? Oder ich glaube, ich habe einfach A gedrückt, um auszusehen 1000 Flügel Okay, machen wir mal Mushroommon, so OP Konnte der nicht schlucken, wenn der mich so enttäuscht Flugger Ach, ich bin erst krank, deswegen Wie ist das dumm, dass man erst bei dem Hauptcharakter hat, dass man die Strategie auswählen kann Schneller Angriff Hä? Hä? Ich hätte auch schnell ankommen, ne? Gut Dann Kann ich eigentlich irgendeine Tacke, die alle angreift Ja, mach ruhig zu sagen Nö, irgendwie nicht Nö, irgendwie nicht Hätte man einfach direkt zwei besiegt Gifnash und Winninger Oh, da kann doch Luftschuss Luftschuss Habe ich gar nicht Habe ich gar keine Stimme, die man überhaupt nicht nachmachen kann Alalala Habe ich da foll, das ist das Einzige Ding, die man schon mit dem lich in der Party hatte Mach Aber beim nächsten mal Hilfe Dun, dun Ich find das gut, dass man argwoll were Nacional опас Dauerhaft dabei haben muss Weil bei so spielenden total oft so Weil hier so viel ich werde die partei man ihnen immer benutzen mussten anfangen und klar natürlich immer ein vorgegeben wir müssen ja alle mal die tippe ich bin schon wieder von joey ist weil das eigentlich in den berg ich frage wie die level designer gemacht die gegner werden also wenn ich dann auswählen sondern darauf angriff lassen dann wird man nicht von selbst heilen oder spitze zähne bräuchte jetzt sogar für irgendwas ich habe schon muss jetzt hin laufen ich gehe einfach mal weiter folge dem fahrt oder ist ein fettes wer ist immer monochrom und ich will gegen das kämpfe gegen dich war das friedlich der vegan angriffen egal bringen wird erstmal um könnte jetzt aber ein bisschen schwer werden egal wir probieren aus ich habe einfach alles ich habe drauf mein schein angriffen bei den anderen aufschlösser stark verwecken richtig aus steht wieso bin ich sie das letzte dran hatte manchmal kurz folgen ist uns zwar haben wir strategie durch die alle manuell steuer also es verrecken die wahrscheinlich ok technik kleine feuer ich finde das habe ich nicht aber wenn ich das schaffte total hat irgendwie jetzt mehr verteidigung das schein aber jetzt kann ich immer einsetzen und man kann sich auch selbst sein das ist gut dann mache ich jetzt auch nein 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 mit angriff Gott sei dank ich mache für alles ich habe da rein obwohl ich habe saubern gsp dann auch ne ich hatte überhaupt weggebracht hat mich gewundert ja ich kann erteilung ging echt so oft eines nicht will ich geil scheiße sieht ein digimon hp ab zieht einen punkt gegner hp ab ok wenn ich jetzt sagen oder bei da ist ja kein problem aber warum ich denke ich beim ersten mal so viel schaden oh Gott ich muss hier fliegen jetzt habe ich nicht auch viel zu lang scheiß nur krom und schiegel oder ist dies bauen gut kann man den da schon mal so entfernen gut zu wissen weißt du ich merke eben dass ich schwach bin was mache ich trenne erstmal hier rum und oh mein Gott da glitzert etwas das ist eine pilone oh mein Gott voll geil wieso gibt es die überhaupt die gibt gar keine autos oder sonst irgendetwas wofür man da brauchen würde ich weiß es nicht cool du hast etwas erhalten wovon ich nicht weiß was das war vielleicht habe ich auch gar nichts erhalten man weiß es nicht ich denke wenn ich was erhalten hätte dann hätte das da gestanden und ich hätte auch lesen können von daher denke ich dass da einfach nur irgendwie eine dumme info war mein secret auf einmal hier sieht nach einem neuen gebiet aus also die level designs sind momentan immer recht eintönig und geradlinig und keine Ahnung was muss ich die jetzt alle besiegen obwohl wer nach monochromon nicht angreift dann muss ich da wahrscheinlich auch nicht besiegen numemon Aua äh ich glaube ich greife normal an weil ich muss mich unbedingt heilen mit padamon auch normal angreifen da muss mich heilen das kostet auch so wenig SP viel vergangen aber ich denke später wird das auch unnütz sein weil wir dann so viel AP haben obwohl 400 ist eigentlich so viel ich meine das ist so viel hat Gaben und Kraft aber ich habe keine SP mehr kannst du ja eh ne benutzen ja und besiegt geil könnte mal ein heilpump aber besiegt eigentlich wenn ein Digimon K.O. geht ich denke dann ist der Kampf da nicht vorbei oder ist halt vorbei wenn der Lieder K.O. geht auch keine Ahnung wie viele ITEMs sind wir hier das ist dann immer noch ich verstehe nicht da war noch eins die pc ok kann ich hier durch muss ich hier durch dann kam ich von hier ich kam von hier ne ich glaube schon oh gott hey warte mal jetzt mich komplett verwirrt irgendwie vielleicht auch ein bisschen scheiße wenn man keine Karte hier hat geht alle weg eh ich hatte man müssen rundum Angriff machen aber ich habe das System von Pokémon im Kopf so Patamons Windattacken gegen so Frenzen-Pokémon sehr effektiv sind kann ich ja nicht dann habe ich SP Heilung ah 30 SP Heil dazu bringt irgendwie weil keiner was wirklich ich setze mal der Gaben mal an oh doch bei dem hat er gesagt boah scheiße verdumm ich hätte das abends mal machen sollen ne hätte ich mehr machen können weil der greift jetzt erst an äh rollende Garde ja komm warum mit hey warte mal will ich gar nicht äh ich glaube ich geh erstmal auf das Maschinen da außen wow wie das macht schon Patamon auch nicht mehr so viel SP Dankeschön war viel getroffen geil machen wir tausend Flügel und Kartenalarm irgendwie machen wir oh da habe ich gerade einen crit oh geil hier habe ich unterstützung wie cool wie cool verpackt ist und das hat mich jetzt keine Technik also keine SP-Kunde gekostet das ist sehr cool äh nagel stützen bei dem ich denke er besiegt ihn yes der Kuchen an Angriff wird so stärker werden würde obwohl nagel stützen macht er eigentlich nicht unbedingt den Angriff stärker äh treffende normalen treifen von blöd 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 au ups ich glaube wir sind sowieso wieder dran ja und wir besingen geil ich weiß aber gerade ganz genau ach ich glaube wir gehen um so feuerholz zu sammeln oder soweit gerade ich mal wo man geht weg ich habe euch die wahrscheinlich hoch musse ja klar jetzt haben wir gerade sachen ich habe eben was gefunden das wird wahrscheinlich so feuerholz oder irgendwie so gewesen sein es ist schockiert der macht stutzluge au au macht er eigentlich noch etwas anderes außer Schaden oder macht ja echt nicht viel Schaden ich bin noch eine attacke ich bin noch weniger scheiß normal angriff kann einen bräuchten schnell schlagattacke das war alles von flip der kacktische gern dem ich viel kacke weißt du bist ja wirst die ganze über viel 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 zu laut ja ich kann das heute oder fische oder wir sollten da fische sein was items erhalten die du brauchst das finde ich toll weil ich gucke noch mal die piste sind ich kann sogar noch mal ein machen ich reine ganz wird dieses eins von drei heiß heißt dass das dann noch mal besser wird oder wie ist das egal ich gucke mal wenn items euch das machen kann ich brauche sp heilung ich habe keine glitschige masse oder zu wenig es geht entsperren kraft kraft dies rettungsbeschütze und wiederbelebungsteile fuzzle freies tuch ja die fuzzle wechseln ist ganz wichtig gegen mitte bräuchte windet und die heilung bräuchte ich auch nicht weil ich kann mich jetzt heilen probieren aber ein teiler auszurüsten wem geht man hat denn ich gehe doch mal ab und macht er hat schon eins geben sollte man noch eins ich war bescheuert aber egal jetzt genug feuer holz auch hier weg welchem die bekommen die wieder kann sein hier kam ich entlang stimmt also muss ich doch da unten durch und rechts durch besser gesagt ich würde schon sagen weil es kann auch fliehen aber die bekämpfe ich dann doch schon noch freue mich übrigens auf dezember weil dann kommt man die jeweils an gibt ja so ein neues die weiß wird rauskamen dieses die songs spielt da freut mich so richtig hart drauf ich glaube ich kaufe das zweite ist die werden später auch wieder richtig viel wert sein weil ich verkaufe ich dann irgendwann mal so und jetzt ja genauer fliege einfach wagen und muss ich verarschen spd boost kann aber ich probiere mal aus spd boost ist spd ist doch eine partei ich weiß nicht damit machen soll steckt auf mehr rein und wir gucken was passiert später wird auch schon richtig kompliziert wenn die dinger dann so mehrere dinger haben wow tolle tolle angabe ich weiß glaube ich mein bis jetzt haben die ja immer nur zwei felder gehabt wenn dann später so drei oder vier felder sind natürlich schon komplizierter zusammen zu puzzeln die hast du wieder ein wichtiges item was relevant für die story ist gefunden das ist toll wichtiges item was der relevant ist gefunden und aufgehoben und jetzt läufst du weg kommentiert gerade wirklich funktioniert aber wir stellen die gpc halten was genau das war weiß ich aber nicht die gpc und kraft hinter uns zuerst an egal wie kann man für die eile anfang und wir lassen einfach ausgibt es lieber das ziel ich würde auch die runde um attacke einsetzen nein 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 erstmal möchte die strategie ändern so schneller angriff und dann habe ich an mit normalen angriff habe ich gerade eben gesagt ich sollte schnell aufhören oder vorbei ist was macht er egal wie dem seine flügel geben also bio monster lechtern sterben das hängt da hinten so ist voll traurig kann man auch alleine dann ist auf so eine mission gehen ich denke mal schon ja ja das ist wieder ein item gefunden was sind hat denn noch mal für items blätter vielleicht ich denke irgendwann um ein feuer anzuzünden ja wir haben alle items kommen wir gehen zurück ok geil irgendwie doch nicht oder bin ich jetzt wieder da bin ich im kreis gelaufen oh gott ich immer von den weg laufen aber ich will erst gucken ob da noch irgendetwas wichtiges ist wie es arg und noch die welt gaben man hingeblieben also muss ich jetzt hin jetzt mich verwirrt ich denke mal das reicht ja ich seid wieder da cool ich habe dann gebraucht ja wir haben ganz viel teuer ich muss damit das ist natürlich auch geil weil die dinger die man braucht um die freundschaft zu erhöhen einfach übersetzt worden sind ich will einfach mal den langen satz cool ja das freund sich okay das war wohl das falsche ja wir haben alles okay cool ich denke man hätte noch mehr sammeln können dann wäre das irgendwie besser gewesen oder sollten keine ahnung jetzt mal nachtwache ich habe erst traurig weil tk irgendwie so kalt hat und wieder nach hause kann hat die sei so dumm ich muss doch tk beschützen was geht ich denke mal die obere frage ist cool weil da unten das mit der frage zeichnet sie wie traurig aus oh ja diese antwort finde ich gut okay ich finde lustig wie ich besser abschneiden wenn ich das nicht lesen kann als wenn ich lesen kann gut aber auch sehr verwirrend wie geht es dir so wie geht es dem geht es voll gut so eine frage stellen oder soll ich ausruhe zeichen ausruhe zeichnet sich blöse aus deswegen stelle ich eine frage okay ja finde ich auch mann wie ich dumm hallo wir heiraten später weißt du das war das ein spoiler story okay ich habe gerade nur das geantwortet weil irgendwie besser gepasst hat ich finde das süß wie patamon so ich weiß nicht ob man erkennt aber das sieht aus als hätte der so rechts von uns aus gesehen am mund so ein kleines kleine beugung als würde so ein bisschen lachen bist du müde patamon ja die patamon komisch aus ja die sind also der müde ich würde sagen wir sollten uns abwechseln okay wer macht die erste wache ich bin ich bin cool ich mache die erste nachtwache ich will auch mal machen die kate ist viel zu klein und jungen und klein und der hund ist unlogisch und dann ist er traurig warum ist gaben man bei angewandt weiter ach gaben man du verstehst mir bestimmt hat gab man für die komischen farben farm vor allem man macht sich immer sorgung okay okay verstehen holy shit er mir die fresse geschlagen ich bin voll cool und habe keine gefühle nicht die fressen einschlägen bitte und joey wusste jetzt nicht mehr die trennen bockig bockiger was machst du da bruder warum seid ihr so dumm aber er kann voll geil mund harmonika spielen und dabei auch noch reden und shit für multitasking und treten auszusehen auf eine flosse von über drauf wo beziehungsweise brennen das an na wie geht es jetzt sorry ich entschuldige mich bei monschein bei fangirls kriegen jetzt einen anfall bitte was heißt entschuldigung das beste verleiht ich bin manchmal ein bisschen dumm oh gott was ist passiert anscheinend back die schrift doch manchmal ich finde das toll dass du das verstehst okay er war mit tk also du machst dir nur sorgen tk ja er ist mein kleiner bruder ich muss auf ihn aus passen aus passen aber wenn ich nicht hier wäre wäre auch nicht hier denn er wollte mich nur dem scheiß noch mal kein besuchen ist er dann in zwei oder das ich finde sie auch kawaii erst mal hin oder hinfahren so wie er ausgesehen hat das ist aber eine schöne blume wo nein ich denke sie macht fotosynthese Achso, er kann fliegen. Er ist ja cool. What the fuck? Das ist auch physikalisch unlogisch. Sitaomon sagt... TK Chakaishi. Okay. Ich glaube, die Macher vom Spiel waren zu faul, das ins Wasser zu animieren. Deswegen kannst du fliegen. Geil. TK kriegt den ganzen von Anfang. TK, pass auf. Oh nein. Ach stimmt, der wurde ja dann gefangen von dem und Matt ist einfach so hinterher gesprungen in Wasser, weil die jetzt von Online-Anime war jetzt voll so. Hilfe, es hat mich gefangen. Siehst du das? Oh Matt, nein. Du wirst nicht von ihm halb zerquetscht, nicht die Gethie, deswegen. Okay, wer ist Kai? Matt, pass auf. Gabon, Matt ist am sterben. Hilf ihm, bitte. Okay. Du musst dir sorgen, ob ich. Erst mal digitieren. Wegen derber Freundschaft. 3D-Animation. Mal gucken. Okay. Was ist denn noch deutlich? Garurumon, digitiert zu Garurumon. Garurumon. Ohne N. Habt ihr früher auch mal verstanden? Ich hab nieder N gehört irgendwie. Sugoi. Gabon ist richtig kawaii geworden. Sugoi, Sugoi. Komm, krass Musik, ey. Wow. Wie viel größer Garurumon ist. Alter, das ist fett. So, ich werd ihn jetzt einfach mega abfackeln. Garuru-Schub. Gewaltiges Feuer. Oh, die shit. 820 hrn. Die anderen machen ja gar nichts mehr. Warte, warum ist das ein Sturz? Du, Katakadies, mal. Schwanz. Das kann ich auch. Oh Gott, ne. Äh, nochmal gewaltiges Feuer? Ne, du hast dich nicht. Von der Ruhm. Beziehungsweise... Allgemein, die japanischen Stimmen, also die japanischen Stimmen, hören sich, wenn die digitiert sind, manchmal voll dumm an. Weil manche reden einfach gleich. Was ich ein bisschen bekloppt finde. Da finde ich beim Deutschen zum Beispiel besser. Zum Beispiel, wenn Gilmon oder sowas. Ne Mega-Digit so macht. Ne, warte mal. Ne Mega-Digit so macht. Was war das denn mal? Irgendwelche Digimon, wenn die digitieren, hören sich einfach in der höchstentwickelnden Stufe genauso an, wie wenn die in Rookie-Level sind. Das sieht einfach nur lächerlich aus. Oder hört sich lächerlich an. Und das ist bei dem Deutschen ja nicht wirklich so. Zumindest nicht so extrem. Es ist zwar immer noch dieselbe Stimme, aber halt verstellt. Mein Hund wählt. Kamu, dass mein Leben gerettet. Und auch das von TK und das von allen Menschen. Yay, Bro! Er macht voll die Pose. Come on, du bist so geil. Danke schön. Dass du meinen Bruder gerettet hast. Hm, aber warum bist du digitiert? Ich bin digitiert, weil du in Hilfe... Äh, Not warst. So, ihr war Omaadoro? Oh mein Gott, ich hab keine Hilfe gebraucht. Ich hätte die Schlange online besiegt. Hahaha, da lachen sich alle den Anus ab. Ich frag mich manchmal, ob ich überhaupt ansatzweise darüber rede, worüber die auch in dem Spiel gerade reden. Aber egal. Als nächstes spielen wir das Dorf der Biomon oder Dorf der Piokomon. Äh, nicht Biomon. Jokomon, genau. Und das sehen wir bei uns im nächsten Part. Ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Der Party war natürlich schon wieder ganz schön lang. Und ja, bin jetzt mal gespannt, wie ihr das Projekt so findet. Also, das war jetzt die erste Aufnahmesession, nur als Info. Ähm, der erste Part ist für mich noch nicht aufgenommen. Äh, beziehungsweise noch nicht hochgeladen. Den habe ich eben noch aufgenommen. Also nur zur Info. Äh, also nicht wundern, wenn ich noch auf keine Kommentare von euch eingegangen bin. Denn, ja, erst im nächsten Part werde ich dann sehen, was ihr zum Beispiel im ersten Part geschrieben habt. Oder im zweiten. Nur so als Info. Denn da sind oft Leute verwirrt, warum ich dann nie auf ihre Kommentare eingehe. Besonders, wenn ich dann im ersten Part sage, Hey, schreib mal, was ich verbessern kann. Nur so als deine Nebeninfo. Denkst du so, wir hatten. Bis dann. Und ja, tschüss. Tschüss.